So, hier sind wir wieder. Ich hab mal schnell in eine Lösung reingeschaut, aber ich hab nicht wirklich was großartiges gelernt. Es stand einfach nur drin, man soll alle möglichen Optionen durchgehen, wenn man mit Karen redet. Und dann sollte es irgendwie weitergehen. Oh, da haben wir schon eine neue Option. Ich weiß jetzt echt nicht, wie die gerade da hinkommt. Aber okay. Entschuldigung. Ich habe mich sehr verletzt, dass ich deine Familie angetan habe, Karen. Ich habe mich auch angetan gemacht. Jonathan, nicht sagen Sie! Ich habe mich mit dir gebrochen. Ich habe mich schon verstanden. Meine Mutter. Meine Mutter. Das ist die falsche Ansicht von Björn. Wenn ich mich auf diese Zeit verstanden habe, dann verstehe ich mich sehr gut. Setzt sie mal mit der Uhr. Ich weiß nicht, wie Mom sich gefühlt hat. Schau mich an. Karen! Ich... dich... Karen... Ich bin Lorraine... Nein... Nein, ich muss mich nicht sagen. Ich muss mich sehen. Schau mich an, Jonathan. Schau mich an, wer ich denn nicht wegen ihr... Karen... Ich liebe dich... Oh Gott! Ah, und was? Karen! Oh! Ja... ... Johna... Ich bin... Jesus... Ich liebe dich auch, karen. Ich liebe dich aufkehren. Was ist das? Was ist das? Ich bin ein bisschen schwerer. Ein sehr Merküppiger Moment. Was ist das, was du? Ich habe mich daran gedacht, es ist so gut. Ich bin ein besserer Zeit. Und, woher du dich? Oh, er hat was rausgekommen. Was? Okay. Das ist kein Videotelfon, ich kann ihn nicht sehen. Manchmal hat alte Technik auch seine Vorteile. Sag das nochmal, ich hab dich nicht gehört. Egal, reden wir mit ihm. Hallo? Ja, ich bin hier. Nark-Verkäufe Es scheint so, als würde Hojo Nark an Nishida weitergeben, um es zum Krankenhaus zu verkaufen, genauso wie wir gedacht haben Unzählige große Mengen wurden kürzlich an ein an eine an ein Bankkonto von ihnen Ja, große Mengen Geld wurden an ein Bankkonto von ihnen überwiesen Sie haben vermutlich die Käufer von Sie haben vermutlich die Käufer aus Listen gefunden, die Tokugawa hatte Tokugawa wollte sie loswerden nachdem er darüber Bescheid wusste Ich wette mit dir Hojo hat versucht hat versucht mit dieser CD Tokugawa auffallen zu lassen Seine Motive Warum hat Hojo angefangen etwas wie dies zu tun Bis wahrscheinlich um Geld für Karens Transplantation zu kriegen Es gibt auch Ebenen von Prioritäten auf der Warteliste Karens Ebene wurde letzten Monat ja ist er ist letzten Monat aufgestiegen Er Er muss vor ein paar Bestechungsgelder herumfließen lassen Ishidas Motiv Was ist mit seinem Komplizen Was war Ishidas Motiv Seins ist ist klar Geld und ein und ja Zorn gegenüber Tokugawa Er war nicht sehr beeindruckt über darüber wie er behandelt wurde Abgesehen von ihren äh naja Meinungsverschiedenheiten waren sie beide hinter Geld her Es war die perfekte Gelegenheit für beide Es war die perfekte Gelegenheit für beide allerdings äh scheint es nicht so als würden sie sich sehr nahe stehen Okay Aufenthaltswort von Nark Was ist mit all den Poppys und Kapseln in der Fabrik passiert Wir sind in die Daten Wir haben uns in die Datenbanken von Tokugawa Tokugavas Lieferungsfirma reingehackt Auch nicht äh Kurz nachdem wir verschwunden sind kam ein Konvoi von 20 LKWs an oder wurde rübergeschickt zu Tokugawa Pharmazeutica Sie haben die ganze Operation irgendwo anders hingebracht also die ganzen äh den ganzen Herstellungsprozess Was für Nark haben sie irgendwo anders hingebracht Kapseln äh die Kapseln wurden an die Benutzer durch das Krankenhaus durch die Pharmazeutica der Krankenhauses verkauft 70% der Patienten die sie gekauft haben wurden von der Pharmazeutica über ne 70% der Patienten von der Pharmazeutica wurden über die letzten Monate bekannt als Drogennutzer AP wie viel weiß das wie viel vom AP kontrolliert Tokugawa Gates und Tokugawa steckten dort mit drinnen zusammen ja von Anfang an steckten sie unter einer Decke Sie müssen sprichwörtlich jeden im AP kontrollieren nicht zu vergessen Redwood ich habe übrigens die Ergebnisse von der Blutanalyse ja da wollen wir noch sofort wissen dasselbe AP benutzt es gibt drei Arten von künstlichem Blut warte warte memo jem jetzt fängt das wieder an dreh genau dreh genau dreh genau dreh 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 genau dreh 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 Die erste Generation ist verfolgen. Die erste Generation ist verfolgen. Also, wem gehört es ist. Die erste Generation ist verfolgen. Verdammt. Wie kann es sein, dass Redwood nicht verletzt wurde nach all dem ganzen... Ja, das war er. Er ging ins Krankenhaus unter einem falschen Namen. Die Geschichte über ihn... Die Geschichte, die er uns erzählt hat, von wegen, er holt ein paar newer EMPS-Chips, war kompletter Bullshit. Dave. Irgendeine Ahnung, was mit Dave passiert ist? Mabel hat sich das angesehen, wie sie gesagt hat. Sie hat Daves Blut überall in Redwoods Goddard, also in seinem Anzug, diesem Powersuit gefunden. Sie haben Daves Leiche in seinem EMPS weggebracht. Ja, seine Sicherheit. Glaubst du, dass ich hier sicher bin? Haben sie schon eine Ahnung, was vorgegangen ist? Ja, wahrscheinlich. Es läuft nicht allzu gut. Sie könnten wahrscheinlich geplant haben, dich in der einen oder anderen Weise loszuwehren. So dass irgendwer kein Verdacht auf sie gelenkt wird. Oh, übrigens, ich habe Karen deine Waffe gegeben. Meine Beretta? Haben sie sie nicht beschlagnahmt? Ich habe sie vom Chief. Er sagte, es wäre in Ordnung. Hä? Gates hat das wirklich gesagt? Ich bin einfach hingegangen und habe sie mitgenommen. Er weiß nichts davon. Das habe ich mir schon gedacht. Die beschäftigten Hände sind schlimmer geworden. Ah, sie sind schmutzig geworden wahrscheinlich. Ja, nicht so schmutzig wie deine. Ja, dass das eine Falle ist. Wenn das in eine Falle führt. Warum sind sie dann so indirekt? Du bist ein Terrestrial. Was bedeutet... Dein Trail? Ja, seine Verrührung würde auf Home stattfinden. Du bist nicht von Beyond. Und... Sorry, you couldn't retry it here. Sie benutzen einen Lügendetektor, der... Der die P300 Gehirnwellen einer Person analysiert in Verfahren of Home. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass du alles ausposaunen könntest. Okay. Eine Strategie. Sieht nicht gut für dich aus. Sieht nicht gut für dich aus. Sieht nicht gut für dich aus. Sie haben die Beise und Zeugen... ...gearbeitet in Verfahren. Sie haben die Beise und Zeugen zusammen geschnitten. Ja, sie haben die Beise und Zeugen zusammen geschnitten. Ja, das ist eine Sache für dich. Eine Sache ist, das steht immer noch für dich. Das ist das Hojôs Leiche. Jonathan, das ist nicht falsch. Das ist doch nicht sicher. Okay. Was ist mit Hojôs Wort? Und das ist der Punkt, weil Ishida macht BCP nicht die Autopsie, sie wurde zum Krankenhaus gesetzt. Irgendetwas an Hojos Körper hat ihn stutzig gemacht, also Viktor. Irgendetwas hat Martin stutzig gemacht. Er hat sich leider nicht zufrieden, aber er hatte eine Frau das Problem. Wie ist die Zeit? Er hat sich nicht zufrieden, aber er ist nichts. Er hat sich nicht zufrieden, aber es ist wirklich ein Schirm. Er hat sich nicht zufrieden, sondern er hat sich nicht zufrieden. Es hat sich nicht zufrieden, was erich ist. Es wird gegen die Zeit, zwei Todeszeiten. Ich weiße nach vier Schritten. Victor hat nur die VTR gesehen, aber wenn die Zündung in die Zeit, hat sie bereits ein Tod angeschossen wurde. Sie hat die Zündung für die Zündung, die die Zündung für die Zündung zu verhindern haben. Dann hat sie schon vorhin die Zündung vorgelegt. Er war schon tot, auf jeden Fall alter Feuertode, aber man weiß nicht genau, hat ihn dorthin gebracht als eine Falle. Ok, Viktors Aufenthaltsort. Das kann ausgehen, aber ich kann uns identifizieren, was zu untersuchen. Noch keine Meldung von ihm, er steckt in Schwierigkeiten. B.C.C.H. Daher ist ein Schmerz. V.C.C.C.H. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich verstehe, Jonas. Es ist ein bisschen危険, aber ich werde nach B.C.C.C.H. gehen. Ich bin zu fliegen. Ich bin zu fliegen. Wir haben uns beschäftigt. Jonas! Wir werden die A.P.-C.C.C.C.C.C.C.C.E. phr tracked, nicht? Das? Ich kriege Fengfors keine Frau. Ich jetzt habe den richtigen Teilen. Ich bin so sehr schwer nach Beach. Deshalb habe ich keinen Freunden lassen. Ich kriege mich genug. Ich weiß nicht mehr ist. Ihr Messiah sein. Mein Name weiter. Aber ich habe mich, B.C.C.C.H. Ich mache pentru clase K.C.H. Ich bin froh mit drei Jahren gebegeверter. So kann ich mich anrufen. Jonas? Ist das okay? Ist das nicht gut, oder? Wenn ich nicht so gut bin, ist das okay. Ich gehe in den Krankenhaus, oder? Naja, Jonas? Das ist ein Begriff. Ich verstehe. Ich bin in den BCC-CH. Entschuldigung, Tante-san. So, mal wieder ein obligatorischer Speicherbildschirm und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle dann einen kleinen Break mal wieder, denn mein Mund ist schon wieder relativ trocken und fusselig geredet, also ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ihr habt nicht alles vorgespult, naja, wie auch immer, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir mit unserer neu gewonnenen Liebe Karen uns zum Krankenhaus begeben und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal und keep gaming.